Der Sonnenuntergang ist schnell umgeingestellt. Ja, irgendwie schon. Aber wir sind letztens gefahren bis um halb elf oder so. Es ist echt dunkel. Wir haben da runter geschossen. Der Martin und ich, der Jochen und der Harry, die haben dann gewartet. Und die Mädels haben uns immer geholt. Das war so geil, glaube ich. Wir sind echt sechsmal runtergefahren. Ja. Hast du da? Nein, die habe ich auch gemacht. Ich fahr schon mal vor. Nein, überholt sie mich ja eh, oder? Ich will noch ein bisschen rollen. Wie vorbeifahrt sie? Nein, der bratscht wieder so schnell. Ich will noch nicht. Was ist die Bahn, oder? Ja. Ich will noch mal. Okay. Das ist die Bahn. Ich will noch mal aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020